Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Sprechen wir noch ein bisschen über Vers 19, bevor wir zum nächsten Vers, Vers 20, gehen. Paulus macht deutlich, dass unterschiedliche Meinungen nicht nur kein Problem sind, sondern dass sie unvermeidlich sind. Es ist so traurig, wenn Gemeinden glauben, dass Einheit dadurch entsteht, dass wir alle die gleiche Meinung haben. Ich sage dir, warum ich das so sehr traurig finde. Denn zunächst einmal, wessen Meinung ist richtig? Denk darüber nach. Wenn Einheit darin besteht, dass wir alle die gleiche Meinung haben, bedeutet das, dass einige ihre Meinung aufgeben und die Meinung eines anderen annehmen müssen. Wessen Meinung nimmt man, um Einheit zu haben? Nun, normalerweise die des Leiters. Also passiert Folgendes. Die Menschen haben unterschiedliche Meinungen. Paulus sagt, das ist kein Problem, das ist unvermeidlich. Wenn es unvermeidlich ist, warum versuchen wir dann, dies zu vermeiden? Warum bestehen wir darauf, dass Einheit bedeutet, dass wir alle eine Meinung vertreten müssen? Wenn wir glauben, dass Einheit bedeutet, derselben Meinung zu sein, liegt hier die Gefahr. Stellen wir uns vor, Daniel ist der Leiter. Daniel hat eine bestimmte Meinung zu einem bestimmten biblischen Thema. Da bin ich, der Teil seiner Gemeinde ist. Da ist Debbie, da ist Clayton. Da ist seine Frau Anna. Und weitere zwölf Leute. Untereinander haben wir etwa fünf verschiedene Meinungen. Nun haben wir keine Einheit, weil wir nicht alle die gleiche Meinung haben. Das wäre natürlich falsch, denn wir können ja trotzdem Einheit haben. Aber stellen wir uns vor, dass wir das so glauben. Nun geben wir alle unsere Meinungen auf, um Einheit zu haben. Wunderbar. Daniel, wir alle akzeptieren, dass deine Meinung richtig ist. Im nächsten Jahr hat Daniel einen prophetischen Traum. Durch diesen prophetischen Traum offenbart Gott ihm einiges. Er hat dies vorher nicht erkannt. Also beginnt er, sie zu studieren. Dann fängt er an, im Internet Lehren zu hören, die er noch nie gehört hat. Seine Augen öffnen sich. Er sieht Dinge, die er noch nie gesehen hat. Und jetzt kommt er und teilt diese Offenbarung begeistert mit uns allen. Nun hat er eine andere Meinung zu diesem Thema. Was passiert nun? Um die Einheit zu gewährleisten, müssen wir alle unsere Meinung wieder ändern. Das macht keinen Sinn. Denke nicht, dass Einheit etwas damit zu tun hat, dass wir alle die gleiche Meinung haben. Ich sehne mich nach einer Gemeinde Jesu Christi. In der die Vielfalt gefeiert wird. Wo Vielfalt nicht mehr als Rebellion verurteilt wird. Sondern wo wir verstehen, dass wir inmitten unserer unterschiedlichen Meinungen Gottes Zustimmung haben können. Denn so lieben, ehren, schätzen und respektieren wir Gerade die Menschen, die eine andere Meinung haben. Genau das versucht Paulus, ihnen zu erklären. Denn wie kommt es in der Gemeinde überhaupt zu diesen Gruppen und Klicken? Indem wir die Meinung anderer Menschen nicht akzeptieren. Nun treffen wir uns in unserer kleinen Gruppe, in der alle dieselbe Meinung vertreten. Weisst du, wie gefährlich das ist? Es ist gefährlich, wenn du nur mit Leuten unterwegs bist, die mit dir übereinstimmen. Du könntest in einen Irrtum verfallen und würdest es nicht einmal merken. Ich war noch nie ein Freund von Versammlungen. Nicht Gemeindeversammlungen, sondern Leidenschaftstreffen und so ähnliches. Ich liebe es, Jesus mit dem Volk Gottes zu loben. Ich liebe es, mit dem Volk Gottes Gemeinschaft zu haben. Aber diese Leidenschaftstreffen bei denen der Leiter seine Meinung durchsetzt und wenn nicht alle zustimmen, es keine Einheit gibt. Das hat mir noch nie gefallen, soweit ich mich zurückerinnern kann. Als ich nach Brasilien kam und verschiedene Dinge ins Leben gerufen habe unter anderem Brasilian Kids Care Wir sind neun Leute im Hauptleitungsteam von Brasilien Kids Care. Neun sehr unterschiedliche Leute. Ich bin Österreicher. Debbie ist Amerikanerin. Und alle anderen sind Brasilianer. Aber unter den Brasilianen ist jeder so unterschiedlich. Wir haben jemanden, der einfach so sehr emotional ist, weint, glücklich ist. Es gibt aber auch einige, die einfach nur absolut rational sind. Wir haben so viele unterschiedliche Temperamente. Unsere Stärke ist, dass jeder seine Meinung haben darf und wir in grosser Einheit leben. Wir haben also Gottes Zustimmung, wenn wir in Liebe wandeln und unterschiedliche Meinungen haben. Morgen lernen wir eine sehr wichtige Lektion über das Abendmahl. Bis morgen!